Wir sind heute den ganzen Tag mit Hanna in Luzern unterwegs und zeigen ihr unseren Lieblingsplatz. Oh, es hat euch geräumt! Seifer, wir kommen! Wir kommen! Seifer, wir kommen! Wir starten im Neubad und jetzt gehen wir auf der Bus Nr. 21 Richtung Kapitanienbau. Wir sind einmal schon vor der Halbinsel gefahren mit dem Bus. Jetzt sind wir im Eichhof und nehmen hier wieder einen Bus, damit wir die Sonnenwerte übernehmen. Wir sind mit dem Elfer in den Attenberg gefahren und laufen jetzt über den Sonnenberg in Gütsch. Wir sind in Gütsch. Und jetzt nehmen wir das Bändchen runter, nehmen wir das Bändchen runter, nehmen wir das Bändchen runter und dann laufen wir Richtung Löwenplatz. Es hat eine kleine Planänderung gegeben, wir machen noch einen Zwischenhalt zum Mittag in Karlskraut. Musik Ich könnte mal das Problem erläutern. Es stellt sich die Frage, welches von den beiden Kuchenstücken auf dem Teller mehr Rand hat und zwar reden wir von der Masse. Musik In Karlskraut haben wir gut gespiesen und jetzt geht es quer durch die Altstadt zum Löwendenkmal, wo wir nachher mit dem Bus auf Adligenswil gehen. Musik Musik Wir sind jetzt mit dem Bus auf Adligens gefahren, von dem wir jetzt zurück auf Luzern laufen. Musik 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 Nach dem Tag, wo wir doch auch viel gelaufen sind, gibt es einen würdigen Abschluss im Bier Liebe & Friends. Musik Musik Ja, das war.